Die anderen waren halt schon Paragon Level 800, 900 oder über 1000. Die haben dann auch nicht schlecht gestaunt, dass da so einer mit so einem Paragon kommt und alles umgeht. Ich hab halt übertrieben Glück. Ich hab das Waffenzift direkt ureizt. Echt? Da musste ich schon kaum was ändern. Nein! Das war knapp. Schon recht früh zwei oder drei Teile von meinem Set sind uralt. Aha. Und der Rest war einfach auch immer voll gut von den Werben her. So Glück hatte ich lange nicht mehr. Wer von euch ist denn ja Werber? Bist denn du jetzt hier? Das bin ich, ja. Alter, dein Gesicht. Kann es sein, dass das alles irgendwie Richtung Comic momentan geht? Ja klar, das Dynamitbündel sieht leicht Comic-haft aus, deine Figur sieht übel Comic-haft aus. Nö, du siehst eigentlich recht cool aus. ...iris drin. Please what? Keine Iris? Die sind überall Raben. Nicht da unten rausgehen, da sind Raben. Dichter Nebel wieder in London. Wir können ja später mal den anderen Auftrag nehmen, da ist Tag und zwei Bosse. Wir sehen uns auch Tag und zwei Bosse. Ja, jetzt mal durch Zufall. Hä, war grad Nacht. Wir sind am ersten Rand schon bei Tag rumgerannt. Ja, aber mit einem Boss nur. Ja, das ist wohl wahr. Zweimal hintereinander. Haben wir schon zwei Ranz gemacht? Ach ja. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. So weiß man. Ja, bei dem einen wurde ich ja an den Lockbait-Docs erschossen. Ja. Alter, beruhig dich doch mal. Hier ist kein Hinweis in der Gegend. Ich hab den schon aktiviert. Ach so. Also ich habe normalerweise unten mir die Leiste dauerhaft einblenden lassen und wenn ich durchscrolle, dann gibt's bei mir die Leuchtpistole nicht und ich hab sie aber eigentlich ausgerüstet. Oh wow. Dein Ernst. Das glaub ich nicht, Tim. Du hast sie bestimmt vergessen irgendwo. Nee, ich hab sie ausgerüstet. Bei mir ist auch die... Daringer ist auch bei mir komplett nach rechts verschoben und links genau zwischen der Daringer, was ja eigentlich Werkzeug ist, und lol, geh mal weg, und dem Verbandskessel, was auch Werkzeug ist, ist genau ein Leerraum und dort würde theoretisch praktisch das drin passen. Habt vom mitgenommen, Alter, wo sind die Idee? Achtung. Obwohl, ich hab's auch gerade übersehen. Achtung, Fettsack. Achtung, Kanone. Oh Scheiße, raus hier. Da ist noch nichts mehr. Da war so ein Ende. Da war so ein Ende. Oh lol. Ich wollte eigentlich nicht an den Dingern vorbeilaufen, aber du... Ah cool, da war ein Fettsack. Was, da war ein Fettsack? Fenster. Fettsack. Da war ein Fettsack am Fenster. Cool, da war ein Fettsack am Fenster. Komm, den drehen wir durch den Wolf. Oh, hat mir fast alles abgezogen. Keine Jäger hier, oder was? Oder beobachten die uns schon wieder? Ja. Gleich aussehen wir ja so. Mist. Waren wir nicht gerade hier? Nee. Ja. Sag mal, nimm doch mal die anderen, ey. Ey, die Typen mit den Bounty kommen auch runtergelaufen. Die wollen's wissen. Die wollen auf die Kacke hauen. Das sind ganz harte Kerle. Die wollen's wissen. Die knallen mir ab. Ganz bestimmt mit meiner Kettenpistole ohne Fächern. Ich meine, meine Quad-Dering haben wir drei Schuss noch drin. Ganze drei? Was ist mit Nummer vier passiert? Ja, der ist einfach random abgeschossen worden. Ach so. Oh, Schwarm, oder? Lol, einfach gut getroffen. Nicht. Jetzt verreckter. So ein kleines Missschritt. Sorry. Alter, mich verfolgt's natürlich. Obwohl ich in der Nähe war. Hier ist ne Medi, also ne Versorgungsstation. Oh, yo. Könnt' ich gleich gebrochen. Warte, 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 warte. Hierzu. Hey, hattet ihr nicht gesagt, dass die mit dem Bounty runter... Ach so, ja. Mann. Die Nachwuchs kommt ja auch, wenn sie das zweite Mal eingelöst wurde. Ah scheiße, ich hab keine Wurfmasse dabei. War die das? Mhm. Ja, da steht schon die Tür auf, also die waren hier. Hm, warte. Die sind wahrscheinlich noch hier. Ich hab schon wieder nicht das Boss-Symbol. Ey, wie nah muss ich denn noch ran, Alter? Das kann doch gar nicht sein. Oh, hier ist auch was door offen. Das Boss-Symbol zuckt überhaupt nicht, Alter. Nö, bei mir auch nicht. Pfff. Ne, ich bin bloß, ich steh bloß gleich beim Boss drin. Ja. Was ist denn das für ein Rotz? Mit dem Hinweis. Soll ich mal ein Dynamit reinwerfen? Und im Fenster siehst du wieder nichts? Na, da oben, meine Gäste. Warte mal. Ach so, das ist... Micha hat aber stapft. Ich stapfe überhaupt nicht. Schleich. Geh mal weg da, weg, 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 weg. Da bringt uns um. Du hast es ja nicht reingeschmissen, es lag auf dem Terrassendach. Ja, keine Ahnung, bei mir zeigte er an, das ruft er direkt durchs Fenster. Ach so. Alles was er geworfen hat, war nicht durchs Fenster. Ich steh jetzt vor der Boss-Hütte und es blinkt... Man hört den Boss auch gar nicht. Ne. Das kann sein, wenn er tot ist. Dann gibt er wahrscheinlich kein Signal mehr von sich. Ja. Mag jemand mal durch die Tür gucken? In der Zeit, wo ich sie auf und zu mache? Ne, ich schleiche mich gerade hinten rum. Ich bin schon lange nicht mehr da. Aber Micha ist auch irgendwie irgendwie am Arsch der Welt. Ja. Max, ich komme wieder zu dir. Du darfst wieder aufleiern und ich geh rein. Auch nur, wenn einer mitkommt. Ja. Der Boss ist gekillt, der liegt da. Der liegt direkt am Eingang. Ja, und wo sind die Typen? Gute Frage. Gute Frage. Keine Ahnung. Hey, wer bringt denn den Boss um und lässt ihn liegen? Vielleicht hatten die einen Disconnect oder sind verweckt. Wo liegt der? Hier vorne. Ich glaube, das sind die Dudes. Die haben den einen Boss gemacht, sind dann runter zu dem anderen, also sind vielleicht hier gespawnt, sind dann runter zu dem anderen und wollen das jetzt mitholen. Nein. Das kann sein. Das heißt, jetzt wissen die, dass wir da sind. Ja. Die sind beim Versorgungswagen im Westen. Wer hat's entfacht? Wer hat's entfacht? Ja, ich. Ist das schlimm? Die sind da vorne bei den Versorgungswagen. Ja, genau, genau, genau. Jetzt, naja, ich meine, hättest du deinen Plan R verraten, wie es war, dass du gesagt hast, ja, die haben den umgeniedert, sind dann hoch, haben den nächsten gemacht. Dann hättest du den jetzt nicht verwandeln sollen, sondern wir hätten schon auf die warten können. Die wären ja unverblümt reingerannt gekommen, völlig sorglos. Hä, die haben doch Sicht. Ach, nicht mehr auf die Entfernung. Die haben doch schon mit ein paar Leuten rumgeballert, vielleicht haben sie schon alles aufgepauert. Die Jungs, die sind gleich da. Scheiße. Angst. Oh, draußen laufen sie schon. Die sind Nordwesten. Ja. Ne, bei einer ist bei den Hühnern schon. Ich habe einen. Sehr schön. Ja, der andere ist hier bei mir. Ja, der liegt gerade nach. Das bin ich. Oh, der eine ist da irgendwo. Der ist in dem Haus gegenüber. Der ist in dem Haus. Ab mit. Fuck. Trüben, Maus. Ich habe den einen angefackelt. Dynamit. Jungs, ich bin tot. Komplett tot? Max, holst du mal. Micha, ich will ja aufpassen, dass den keiner aufhebt. Ja, von der anderen Seite kommt Radwehr. Aber pass auf, da am Fenster. Renn weg, renn weg, renn weg. Hä? Ich habe einen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, dann renn weg, wenn er dich angehen wird. Loll. Mit einer Mosinagant-Bajonett. Wuhi. Ich brenne, war es ein Wunder. Ich auch. Ah, fuck. Ja. Sehr schön. Nein. Oh. Blutung, Blutung. Ja, ja. Brennt ihr noch? Ja. Ah. Mann, scheiße, wo liegt ihr rum? Wo oben? Sind wir vorher ein Bounty oder so? Ja. Brennt ihr noch? Ja. Ja. Link, Achtung, geradezu, im Fenster. Seitlich. Immer noch? Nein, den habe ich noch umgenietet. Was, alle? Es lebt keiner mehr von denen. Hm. Danke. Bitte. Micha, was sagst du, Junge? Drei Jäger weggemacht. Bist du stolz auf mich, Papa? Danke. Ich frage jetzt nur die, wo sind die alle? Ist keiner mehr da. Ja. Nein, die liegen hinten. Da, wo ihr jetzt seid. Ich will mal herausfinden, wo hinten. Hä? Hier, wo wir sind. Ich bin da dreimal dran vorbeigelaufen. Was ist da los? Was? Ich wollte eigentlich bloß looten. Den habe ich verkurkelt. Eine Kettenpistole weggeworfen. Was? Nö. Ach, dann hatte der auch eine. Hm. Ich habe jetzt beide geplündert, ne? Ihr wisst, wir sind zu dritt und ich habe keinen Geier. Aber wir sind Geier. Du brauchst keinen Geier, weil du schon Geier dabei hast. Aber hier kannst du noch die Waffen looten. Ne. Ausgebrannte Jäger können nicht genutzt werden. Ja, nur der eine. Das war nur der eine. Äh, war da gerade Grillhähnchen? Ja, ich habe die gegrillt. Die hängen auch in der Luft irgendwie. Seien aus wie gegrillt. Hier ist noch eine Munitionskiste. So, dann können wir ja jetzt unseren Arsch zum Ausgang schieben. Ja, jetzt haben wir alle Bautis. Cool. Ja, dann haben wir die vorbeikommen. Fand ich auch. Und mir meine Mosin gegeben haben. Ja. Ja, das kommt noch obendrein dazu. Ja, das war ja wohl das Mindest, genau. Ja. Mats, ich glaube, wir sollten jetzt immer gegen Trios spielen. Meinst du? Ja, du hast gerade ein Trios gemacht. Ja, aber mit viel Glück. So, jetzt muss ich gucken. Fortschritt. Tatsache. Genau die Hälfte. 125. 25. 25. 25. 25. 25. Untertitelung des ZDF, 2020